Ich merke richtig, wie diese hochnebelartige Bewölkung, die von Kondensstreifen in Anführungsstrichen ausgelöst wurde, wärmt. Die wärmt total. Ich kriege gleich regelrechte Schweißausbrüche. Wenn sie doch bloß mal kühlende Kondensstreifen hätten. Aber die tun die ja nicht. Verdammt. Was sollen wir da bloß machen? Wir werden irgendwann alle an Hitzeschlag sterben.